der Gegner wir haben einfach Alarm ausgelöst und es dauert laut Dachungssitz wer Gegner würden wir beim anderen dauernd Alarm auslösen Jo Leute wir kommen zurück zu Warframe mit Sven und Markus und schon geht's in die nächste Mission hoffentlich diesmal ohne Absturz ja, wir werden spionieren gehen wir spionieren ich glaube wir müssen trotzdem alles ab schon lachen was uns in den Weg falsch egal wir haben alle MK Branden dabei das kann ja nur geil werden wir sind echt geschissen aber gut wir haben knapp die haben Stutzschilder Vorsicht aufpasst achte da 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 wir haben fast wenn wir jetzt alle Munition zusammen haben wir über 1500 Schuss Munition oh die Kamera Vorsicht gut der ist weg aber wir brauchen ein Stutzschild Ding die Drohne gut die Drohne ist down jetzt rein okay gib mir Deckung also die Waffe ist auch richtig geil die Waffe ist richtig geil ja da ist nur noch einer Leute so haben alle Plünderer gucken das sind die Bögenkisten das hier was denn das ja ich weiß dass das hier ich höre Kleiber Munition bei mir ja aber sonst sind wir auch bögen weil das random übertroppt hier rum äh ich will zuerst hier gucken ne hier ist zu oder ja hier ist zu einfach mal reingehalten in die Super ja das geht mit der Waffe ziemlich gut einfach mal rein halten damit holt man sie auch noch weg so Reichweite 60 Schuss ist halt auch schon irgendwie ziemlich viel ich hab schon mit 40 ich hab 60 Schuss mal ganz die Größe weil ich die Waffe ja schon auf Level 5 habe oder so wegen dem Rang ab so ja ja Leute wir machen ja hier oh Kamera Vorsicht hab sie also mit der Waffe bin ich besser dran also äh hier fliegt wieder so ne Tote Level Aufstieg Level 1 Baren vor allem hier der Munition findet man auch extrem viel als ich hab noch nicht über 100 Schuss weg doch ich hab schon über 200 Schuss weg ich hab da irgendwas falsch ich töte Leute ja ich auch ich hab ganz beispielsweise wieder drei Stück weg gehauen da ist noch was wo man das ist ja nö ich flue aber ich mach's alleine das war ich übrigens ich hab da ja auch alle Gegner gekehlt also der Fiktor die Blutsen weggehen Kamera jetzt schon wieder zwei Mal los er lasst mir mal Munitionen liegen gut ich hab ihm noch genügend ich bin wieder E-Games-Lava da gefangen ich weiß er hat klein wenig ein Knopf oder oben ist er noch ein Knopf drücke da ist jeder Eider das wäre wo denn ich hab die geröstet alle oben oh fuck also im Nahrkampf würde ich schlagen das macht mehr der Mensch wie schießt also Markus war schon drin aber irgendwie kommen wir immer mit denen Waffen spielt mehr Gegner ne sind wir nicht mehr Gegner wir haben einfach Alarm ausgelöst und sind dauernd laut warum sind es mehr Gegner würden wir beim anderen dauernd Alarm auslösen wäre es genauso aber dafür bockt sich auch einiges für dich Achtung Kamera komm ich aber nicht hin also da ja die Kamera ist direkt über uns warte go back ja aber die war ja nicht gewohnt den Schild aktiviert einfach mal direkt davor gestanden das droht das droht es nicht zuerst abhör wurde so elektrisiert jungs pfeierglas nein wieder die selbe Stelle das dauert ja ewig guck mal wieder geht ja gar nichts weg ja du sollst es ja auch nicht zerstören man kann aber man kann aber man lauft mir glaube ich wieder dieselbe Strecke wie vorhin ja ja habe ich auch das Gefühl so der Aufzug ist gleich da zumindest größtenteils let's go ich habe noch 200 Schuss im Magazin ich habe noch fast 500 ich habe noch 89 plus 60 ich habe 60 und 410 so ist wegschöpfen Achtung scheinbar nutze ich bei der Funktion ja blitze 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 und zu mir sagen das sind genauso viele da sind deutlich mehr Gegner Alter habt ihr gesehen was man die Blitze gerade für Damage gezogen hat ja ich habe den Rest mal alle gemacht ich habe auch gemacht meine haben gerade alle getötet die Alarms und wir sind ich war schalte mal durch ne Alter hat blitze überlebens ja blitze überlebens die fast alle ja bei mir habe ich reingehalten alles tot gewesen ja weil ich auch noch zwei Blitze reingehalten habe ich habe alle unsere Blitze reingehalten das ist ja übel also die Blitze gerade eben haben wieder gut aufgereimt ja aber das sind deutlich mehr Gegner jetzt ist so ja ja schon aber die töten doch die schneller das musst du auch so sehen ja das ist wohl wahr ich habe ich habe immer mehr Munition ich kriege nicht weniger weil die Munition wird immer mehr weil das ist die Kamera ich hab's jetzt weil wir müssen unsere Energie nutzen die ist übelst ok habe ich gerade gemerkt ich habe aber ich habe immer weniger Energie ich meine Energie ist voll und weil die Munition ist Munition meine ich ich habe mir noch fast 600 ich habe noch 177 ich habe fast 600 wo ich doch vorstuhl der wird gerade von mir gerufen ich habe ich habe jetzt go ist ein Drohnen-Dinger ja hier doch ein Schild, komm mit Schild, Guter ja lass mich doch mal kurz schocken wie machst du das Schild? auf 3, deine dritte Fähigkeit oh ja genau, mein ist rot ja weil du rote Energie hast ja ich hab halt geile Energie, kann aber auch mal stellen lass mich mal die, lass mich mal looten, ich brauch Munition oh, ihr wisst da um die Drohne weg, oh Markus ist tot mich so auch immer machst du ihn nicht, länden sie mal abzulangen hast du ihn? ja oh, ich hab kaum Energie oh, ich bin Level 9 Volt Maximale Energie ist jetzt gestiegen Schrot Munition ich hab noch ein Magazin komm, ob du hier wo die herkriegst wo? hier drin liegt ganz viel na super, ich hab noch 28 Schuss ja du hast aber noch deine Sekundär die Sekundär ist eine gute Waffe deine? ich hab einen Mops hier jetzt einfach ich hab echt keine Munition hier ist schon wieder die Nutzer ich hab ja ok, aber langsam wird meine Munition auch weniger aber die Verschiegt halt vielleicht einfach zu viel weil ich einfach alle weg machen weil ihr einfach nichts kennt kann das daran liegen aber die Musik ist schon futuristisch ja, die ist geil hier, der Wallrunner Achtung, irgendwas hinter uns hier drin ist hier drin der will die dann abwache boah sehr widerlich Achtung, irgendwas muss es doch Muni geben das kann doch nicht sein, dass wir keine Muni haben weißt du, ich nehm manchmal Muni auf ja, ich nehm auch mehr als die Muni auf oh, fuck you du verballerst einfach viel zu viel das glaub ich auch da muss ich halt kämpfen ich schau jetzt hab ich 40 Gewehr Munition aus da oben gekämpft schön, du hast das Schild gebackt ja, weil ich durchgefallen bin ja irgendwo ich hab auch schon wieder Gewehr Munition also ich bekomm meistens, also wenn ich grad nicht so viel am rumballern bin bekomm ich mehr Munition, dass ich verschießen kann danke, da wär ich jetzt wahrscheinlich reingeraten what the fuck schon wieder so ein drohen Prozess ist weg ja da gekloppt haben die Muni? oh ja, gut, wir haben die Muni, wir haben die Muni gekloppt also im Hecken bitte ich zu nicht schnell irgendwie und so gut ja, also wenn wir sind deutlich mehr Gegner ist sie zuvor das ist viel einfacher wie zu töten nein, schon wieder, nicht zu wiedergeben doch es gibt nicht aufein